Juhu, alle miteinander zum Let's Play zurück und wir stehen uns dem Gegner schon gegenüber einem Knacklion. Ja, ich bin ja verrückt darauf, das zu fangen. Immer noch. Man kann die Uhrzeit sehen, aber los geht's. Wir sind immer noch in einem Sandsturm. Und fangen wir mit dem Schlafbruder an. Uuuuh. Knacklion ist eingeschlafen. Ja, hau. Hauptsache der Mega-Sauger besiegt es nicht. Das wäre nämlich uncool. Ah, sehr gut. Es schläft noch. Hoffen wir einfach nur, damit es erstens drin ist und zweitens ein gutes Wesen hat. Super, flieg, flieg, flieg. So. Und uns gehört ein Knacklion. Wie hätte das gedacht? Knacklion, dein Ameisenlöwe. Größe? 70 cm. Gewicht? 15 kg. Es baut sich aus... Es baut sich aus... Es baut sich auch ein... Trichterförmiges Loch, aus dem es keine Träume gibt und es wartet, bis Beute hineinfällt. Ja, Beute, meh, ein Sandkorn oder meine gelegentlich vorbeikommende Frucht oder die eine oder andere Ameise. Mhm. Ja. Ja, ich möchte Knacklion einen Spitznamen geben. Sie ist zwar kein Chocolate Pie-Mitglied, aber definitiv gerne angesehen. Entscheiden wir uns für... Mechis Elite-Mitglied, Ani. Willkommen im Team. Was hast du denn für ein Wesen? Wehe, du bist irgendwie speziell aufgesiebt. Auch wenn es alles auch egal wäre, bei... Kühn. Bah. Plus Angriff... äh, Plus Verteidigung, minus Angriff. Zum Glück hat Knacklion einen hohen Angriff. Okay, Ani, du wirst speziell gespielt, ob du willst oder nicht. Und du bist jetzt die Fähigkeit Scherenmacht. Au. Und damit will ich jetzt so schnell wie möglich aus dem Wüstenresort raus. Team Partner geheilt. Welche Stufe sind denn bei... Ach ja. Was ich auch direkt mal machen kann. Ja, ich habe unterwegs Schaufler gefunden. Auch eine Attacke, die ich gesucht habe. Ani versucht Felsgrab zu erlernen. Äh, ja. Das hier ist viel zu schlecht. Ani erlert Felsgrab. Sonst irgendwas kannst du Käfer trotz lernen. Kannst du. Bringen wir es erstmal bei. Einfach nur, um etwas Abwechslung reinzubekommen in diesen... Makaro Movepool. Und, dass sie ganz Dampfweize besitzt, brauche ich ja nicht Schaufler zu geben. Giftschock. Ganz sicher nicht. Raubbrücker. Nö, kommt nichts dazu. Yay. Ah, nee. Unser fünftes Mitglied. Oder habe ich mich das erzählt? Wir haben S4. Nee, wir müssen Fünf haben. Da wartet nur ein einziges Mitglied auf uns. Oh. Trucks. Cool. Hm. Und, was ist denn hier gelandet? Das ist der letzte Mal Eingang. Die Einklangspassage. Und das ist Frühling. Hm. Was mache ich nur? Ich kann doch nie... Ich kann das doch niemals alleine bewältigen. Ausrufezeichen. Hey, du da. Hä? Was ist? Willkommen in der Einklangspassage. Mit dem Namen? Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch... Auch... Noch nichts los. Bisher ist das her... Also nichts weiter als eine normale Straße. Das nennt ihr eine Straße? Und wie ist es denn da pinke Sterne am Boden? Oder ist denn die Luft? Ups. Wo habe ich noch meine Manieren? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut. Ich bin der Besitzer der Einklangspassage. Hallo, Besitzer. Mein Traum ist es auf der ganzen Welt lebendig. Auf der ganzen lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftslichkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Punkte, Ryan. Mein Mama, ich habe die Idee. Du bist auch ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemand wie dir, die auf seinen Reisen vielen Menschen begegnet, könnte ich dieser Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du? Würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Muss ich? Ach, scheiß drauf. Vielen Dank. Also gut. Das sagt doch mal, was du für ein Men... So, Bitt. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert, an dem du am liebsten die ganze Welt hinausrufen würdest? Vorsicht. Die Worte, die gleich angegeben wird, können über die Drahtdoss-Funktionen zu anderen Spielen übertragen werden. Bezweifelig. Was würde ich gerne in die Welt hinausrufen? Ach komm, ist immer fair. Creative. Nee, mehr? Ach, da oben ist es. Jockey! Verstehe. Toller Spruch. Sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest, beziehungsweise was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Ein ganz gemeiner Spruch wäre gut, den jemand sofort versteht, auch wenn du ihm gehördest, im ersten Mal begegnest. Warte mal, war das erste nicht die Begrüßung? Schnauze. Was sagst du, wenn du gerührt bist? Was auspasst? Schade. Passt nicht. Bitte nicht wegen Rechtschreibung geschlagen, aber anders passt es nicht. Auf einmal stimmt die Rechnung sogar noch. Rühküche. Alter, das klingt, als hätte man es kurz aus dem Sächsischen geklaut. Rübergebracht ins Schwäbische und dann nochmal mit dem Bayerischen verarscht. Rühküche. Tschacke. Rühküche. Ja. Da hast du mir doch gedacht. Du bist für diese Aufgabe wie geschaffen. Du musst das unbedingt übernehmen. Entweder du oder keiner. Chef. Es war langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, den hatte ich fast vergessen. Meine lieben Assistenzen, ihr habt gehört, was Sache ist. Ich hab lasst alles weiter in euren fähigen Händen. Ich muss da mal los. Jawohl. Seien Sie ganz unbesorgt und gute Reise. Mann, ich kling so bescheuert, wenn ich was Weibliches sprechen will. Sehr freu, dich kennenzulernen. Wie sollen wir wie sollen wir dich denn ansprechen? Ich könnte das ganze kastisch sein. Ah, ich will aber nicht so sehen. Also, ich bin überhaupt nicht größenwahnsinnig. Nee, irgendwie klingt das scheiße. Und nein, das andere nehme ich nicht. Ist eh zu kurz. Ha-ha, Chaot. Chaot. Wir sind nun im vollen Umfang verantwortlich für diese Passage. Noch herrscht hier nur gerne die Lehre. Noch herrscht hier nur gerne die Lehre. Aber wir bitten dich, dass du aus dieser Straße eine belebte Passage machst. Ein Ort der Begegnung, an dem viele Menschen begeistert ein- und ausgehen. Ich werde dir gleich erklären, wie du diese Passage wachsen und gedeihen lassen kannst. Prübe mich einfach an, wenn du bereit bist. Dann kann ich gehen. Um Leute anzulocken, bietet es sich an, Einrichtungen zu eröffnen, die irgendwie praktisch oder nützlich für die Besucher sind. Genau, rede von irgendein... Genau, ich rede von irgendwelchen Geschäften. Uh, dubiose Geschäfte. Du musst also Leute finden, die schon immer einmal davon geträumt haben, ihr eigenes Geschäft aufzumachen. Okay, soll ich als letzte Klofrau besorgen? Solche Leute musst du dann nur noch dazu anwerben, hier ihren Traum zu verwirklichen. Also, ich soll sie dazu zwängen. Mhm. Dann nur, da kommt ja schon jemand. Du kannst ja gleich mal versuchen, diese Person anzuwerben. Haha, war nicht. Super. Ist das eine neue Einkaufsstraße? Gibt's noch gar keine Geschäfte? Vielleicht kann ich mal einen Traum hier wahr werden. Wer weiß. Anwerben. Weil in dieser Einkaufsstraße Träume wahr werden. Dann will ich viele verschiedene Pokémon schöner machen. Ein Salon. Janus. Danke. Super. Baba, Janus. Schönheitssalon hat geöffnet. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Da hast du wirklich ein feines Geschäft eröffnet. Aber ein Geschäft ohne Kunden ist ja noch eine recht sinnlos angelegenheit. Nächstes musst du potenzielle Kunden zu dem Geschäft führen. Das ist... Äh, ich überspringe den Mist. Halt, kleine Dame. Du wirst jetzt überfallen. Geht ja. Empfehlen. Jo, ich hab jetzt echt keinen Bock mehr. Hui. Das sehe ich gleich mal an. So, 40 Punkte gestiegen. Geht sehr leer aus. Mann, es sieht total anders aus. Und vor allem ist sie nicht pink. Ich überspringe der Mist. Mir passt zu blöd auf meine Stimme. Richtig. Verschwindet. Ich glaube, die werde ich dann gelegentlich mal antworten. Super. schocken. Dickes Make-up. Ne, kein Geld verschwinden. Moment, Geldverschwendung dafür? Ne. Ach, ich hau trotzdem ab. Oh, ich glaube, da lief gerade jemand. Raiano City. Oh, was ist denn, wenn hier ein schönes... Testen wir mal Arnie aus. Sieht nämlich davon am Kampf aus. Du kennst doch die Weichstättern, oder? In der U-Bahn dort kann man auch herzenslose Pokémon-Kämpfe austragen. Weil ich auch meine Kräfenmeister wollte, waren dort auch tatsächlich auf einmal die Metro-Meister. Ist das nicht Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer in der gesamten Weichenstation. Was Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. So eine Gelegenheit widert sich einem nicht oft. Trittst du mit mir zusammen gegen sie an? Bitte, bitte. Danke. Ich heiße übrigens Rosie. Also es wäre ein schlagkräftiges Du abgeben, das selbst die Metro-Meister bezwingen kann. Ich heiße immer auf in den Kampf gegen die Metro-Meister. An einem Ort wie diesem Pokémon-Kämpfe auszutragen mag ungewöhnlich sein, aber wie es scheint will es das Schicksal eben so. Irgendwann eröffnen wir einem das ganz neue Perspektiven und lernen kann man dabei auch noch was. Also Herr, wer noch etwas hinzufügen möchte, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Betriebsregel beachten, alles sichert durch den Verpergering. Das Ziel ist der Sieg. Wir starten jetzt durch. Was? Metromesser hinten und her möchten kämpfen. Seedimantur und Strepoli. Oh. Zwotronin. Ich bin unterlevelt. Man sieht's. Och ne, Doppelkampf. Zitimantur besiegt. Zitimantur besiegt. Zitimantur besiegt. Ich glaube, das sollte anders aussehen. Aber nochmal die Dampfwalze. Zitimantur mit dem Energiefokus. Strepoli nochmal mit dem Weckruf. Zitimantur besiegt. Hier nochmal die Dampfwalze. Grimmack. Scheiß drauf. Der Fonkenflug. Weckruf gegen Arnie. Alter, das Vieh steht schon auf Minus... Jetzt steht es auf Minus 3. Jetzt muss ich schneller sein. Naja, egal. So geht's auch. Arnie, Level 22. Habe ich das gerade richtig gelesen? Null Verteil... Äh, Null Initiative? Wo waren's 8? Ich bin hier. Hin und ich, wir haben verloren. Warum? Weil unsere Gegner einfach pompostig gut waren. Ach man. Das ist zu schnell. Bravo. Jundere Pokémon, ihr bildet einfach ein atemberaubendes Gespann. Ich heiße Herr, wissen wir. Ich habe zwar gegen dein Team verloren, mich aber dennoch prächtig amüsiert. Kommt ruhig mal wieder. Du musst unbedingt auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der U-Bahn fahren und dort gegen uns kämpfen. In diesem Sinne, alles einsteigen und Türen schließen. Der Zug fährt ab. Ja, man merkt. Hin war der Weiße, oder? Ja, nee, Herr war der Weiße. Ach egal, der Weiße ist ein bisschen arg unterbelichtet. Puh, sind die Sperr. Sie sind eben nicht umsonst, Dimitro-Meister, aber ich möchte auf jeden Fall weiterzumieren. Irgendwann noch gegen sie klappen, dann auch gerne, ohne dass sie sich dabei zurückhalten. Vielen Dank, Bratow. Hier, das ist für dich als kleines Zeichen meiner Verbundenheit. Kampfkamera. Mit Hilfe der Kampfkamera kannst du übrigens Kämpfe mit deinen Freunden oder auch Kämpfe in der Kampfmetro aufzeichnen. Mit dem Assault Palatrio, es war mir ein großes Vergnügen mit dir zusammen zu kämpfen. Ich hoffe, wir haben dazu wieder gelegen gehört. Mach's gut. Jo, ciao. Kann mir jetzt mal jemand sagen, um Wifu ich aufgenommen habe? Nee, ach egal, machen wir einfach ein bisschen weiter. Auf alle Fälle ist mein Pokémon Center. Ach, der ist auch schon wieder. Hm, Platrio, es wäre toll, wenn du noch mehrere Medaillen zusammenkönterst. Ach, ich glaube, ich behalte die Stimme. So, nimm diese Tippmedaille. Ich halte 14 Tippmedaillen. Oh, äh, ich habe keine Wand Medaille mehr für dich. Wir sollen die Anzahl deiner Medaille auf 50 zu erhöhen. Häng dich rein. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich schon geheilt? Nein, natürlich nicht. Heilschneller! Brav. So, und was machen wir Hübschen noch? Rüber zum Riesenrad? Oder zur Route? Wir müssen noch ein bisschen Trainer besiegen. Ach, nee, ich glaube, ich komme ja gar nicht. Oder? Hä? Nee, kein Musiktheater. Gehen wir doch hier nochmal kurz rein. Damit ich mal sehen kann, was der richtige Level ist. Hier. Borten. auf dem Pokémon werfen üben gelernt? Was? Ich habe es durchaus drauf und werde das auch gerne unter Beweis stellen. Nö. Eine Auswahl doch von Baseball Parry. Grellmark, das passt hier perfekt. Los, Arnie. Oh, ich muss doch noch ein bisschen nachziehen, was Tempfen angeht. Grellmark Ernsthaft jetzt? Ach, Mann. Toll. Hm, Feuerzahn. Stirrrr. Blödes Äpfchen. Hier kommt's. Sodamark. Darf mit Hagino spielen? Oh, weh, jetzt kommt schon wieder Gena. Nass machen. Oh, wie süß. Mach's kaputt. Biss. Megasauger. Ha, bin überlegen. Hey, kein Faltriff landen. Sodamark besiegt. Rivas Level 23. Bodycheck, cool. Ah, nehmen wir den Raub weg, da bringt's nicht wirklich. Und hier kommt Vicky Cheater. Äh, Vicky Mack. Äh, Blimmersulf. Ist resistent gegen... nicht dagegen. Aber er hat ja einen Windschnitt und sollte eigentlich schneller sein. benutzt ein Egelsaum. benutzt ein Egelsaum. Ist ja nicht so, als wäre es absolut nutzlos. Und tschüss. Wege mag besiegt. Ja, das war einfach nichts. Und wir halten einen Trank. Tink. Jo, besiegen wir den Rest auch noch. Hier kommt Ryan mit einem Navytaub. Wieso ist der Level von den Kerlchen hier so hoch? Fick dich. Kann ich scannen. Windschnitt. Felsgrab. Oh. So, jetzt will ich mal gucken, wie viel Initiative die kleine Arnie hier hat. Ich weiß, es kämpft bereits. Oh. Zehn. Mädel, du bist langsam. Jo, womit du jetzt eigentlich retten können? Aua. Wumi mit der Aquawelle. Und Navytaub wurde besiegt. Zuerst gesteinigt, danach erträngend. Angeberei. Ich weiß, was jetzt passiert. Wumi ist verwirrt. Wumi hat sich vor Irgend selbst verletzt. Items Sperre. Nicht mehr verwirrt. Friss meine Aquawelle. Oh, Wumi sagt Aquawelle. Ich meine. Gewissheit. Das war knapp. Aber Garno will es besiegt. Und noch einen Tränke. Wieso Tränke? Ich brauche keine Tränke. Gib was Gescheites. Obwohl jetzt ist. So. Kein Bock noch mal ins Pokémon sein zu rennen. Jetzt noch Training. Aber ich werde dich nicht schauen. Toll. eine Ausfall von Baseballer Marco. Hi Mackie. Praktibug. Gegen Ani. Und Sei halt schneller. Meine Güte. Ani. Ani. Nichts. Hey. Und dann geht sie wieder. Robert's Asserve. Yay, und tschüss. Ah, nee, da haben wir 23. Marco wurde besiegt. Einen Trank gehalten. Jo, äh. Hey. So, und was hier passiert, seht ihr beim nächsten Mal. Tschö.